so 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 da sind wir in der hölle was ist das eigentlich von block ist es schon hier quarts ja das quarts ja das heißt sofort quarts hier und quarts sollte übelst viel xp geben das heißt wir werden locker level 30 falls wir jetzt hier abbauen ein bisschen quarts und so weit und so fort statt dass wir nur ein quarts bekommen das heißt wir müssen sehr lange sammeln dass wir auch genug haben das was wir bauen möchten oder wollen oder was weiß ich was alles hier unten war lava oder aber da ganz unten war da ist noch mehr quarts abzug quarts oder wo ist überall quarts das ist super gast jemand will mich besuchen oder uns bzw ich hab gedacht quarts wird schnell abgebaut anscheinend ist das langsam ich denke das geht so schnell wie eisen oder so oder wie kohle geht echt schon langsam ok 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 so ein durchgang war noch mehr mehr quarts je mehr desto besser da wir jetzt gerade sehr viel brauchen die ganzen quarts sollen das ist keine billige angelegenheit ich bin das hier etwas dunkel so geht so reite so stark reizierung auch nicht aber trotzdem etwas besser ist es schon aber ja in der hölle gibt es ja auch keine sonne und so wie es hier wird alles nur von lava beleuchtet und von keine ahnung das war es lava ja auch feuer halt ja lauer feuer hier gibt es auch keine anderen beleuchtungsquellen gäbe es das nicht wäre es hier stockdunkel ja 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 geh dorthin müssen wir ja nicht und wir können hier noch weiter uhr runter 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 bauen ok oder es quarts wie geht es hier runter tief sehr tief da möchten wir aber jetzt gerade nicht hin wir wir möchten dieses quarts hier abbauen aber schlimm 21 geht geht aber flottig muss ich echt zugeben ich weiß gar nicht wofür quarts eigentlich im real life verwendet wird also irgendwie habe ich in der rundung dass es mit uhren etwas zu tun hat oder ist einfach nur eine marke quarts gibt denke ich ich weiß gar nicht hier auch noch mal sichern man muss sich ja so sichern ich habe bloß nicht runterfallen ist lava müssen hier durch so was in lava reing gefallen war die lava könnten wir abknipsen die lassen wir mal das ist ja hier ein und alles in der hölle waren wir schon ach wir sind nämlich am sporen am anfang das hier müssen wir eigentlich auch nur hier so zu bauen so ist jetzt aber sicher komm nein nein woher ging das schnell chillig die lava fließt aber in der hölle übel schnell wieso ist es nicht zugebaut bin ich aber echt komisch ach ich habe falsch gebaut jetzt habe ich keine erne mehr shit shit wir haben auch kein stein dabei wir müssen nösser quasi nösser stein ja die lava geht langsam weg aber der fließt übel schnell ne die geht auch die geht auch schnell weg in der hölle fließt auch die lava schneller ist auch natürlich komisch wenn ich komme ich aber normal eigentlich fließt aber trotzdem langsamer als wasser so wir brauchen noch ein bisschen quarts quarts wäre echt angenehm jetzt nur ein bisschen nö nix 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 gibt mir noch ein bisschen quarts so ok chillig chillig er ist dunkel wieder hell oh da ist ein biggie man hier jetzt runter hier jetzt unter ich hoffe doch wir verlaufen uns hier gerade nicht was sehr darauf deutet dass wir uns verlaufen haben schon bereits gegen aber schnell muss ich echt zugeben oder gehst nur oben ha 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 ja 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 schönes loch kröhl mich nicht an ich weiß nicht ob das das richtige wort dafür war egal so hallo quarts ah ne doch nicht wir kriegen nur mehr xp nicht mehr quarts ich hab gedacht wir haben mehrere quarts quarts dinger bekommen also nieder quarts items nicht nur eins aber nein wir kriegen nur eins das war das xp mehr xp bekommen als nur eins also xp pünktchen so wir können hier raus an die oberfläche ok und dann sind wir hier oben am höllenportal zurück ja da können wir hier noch ein bisschen abbauen ab grasen den grasen hier die hölle ab so oder gewinnen als nix hier war eigentlich irgendwie quarts nicht krebserregend oder täusche ich mich einfach nur kann ja auch sein oh nee ich hab gedacht da ist quarts aber da war noch ein piggy man da oben da oben ist win top 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 und da unten ist noch mehr quarts jumpy 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 jump oh ach hier unten auch nochmal ganz fein ganz fein hier direkt am spawnen erstmal alles holen und danachTوق beide gehen so so minister luo 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 alles weggeploppt man noch mehr gesehen der acht dckonDR dass감을 eingehen und da oben gibt es noch mehr und hier unten ein bisschen ok hier sollten nicht viel sein denke ich mal also quarts kommt auf jeden fall nicht so mega viel immer vor aber es kommt auch vor aber nicht viel würde ich sagen ich denke etwas mehr als eisen aber weniger als kohle kommt es vor also ist schon etwas immer vorhanden konnten nicht mehr nicht einmal hoch springen er sollte mir nicht hoch kommen da hoch müssen wir da jetzt wir müssen jetzt so um da das quarts abzubauen geht es in die luft lolololo wie viel noch was da so einfach mal abbauen später können wir uns herunter bauen aber mit der also quarts gebaut man langsam ab aber das nether quarts also netherstein baut man sehr schön wie geht es wie schnell geht es mit der dämon spitzhacke aber einmal abchecken interessiert mich echt oh scheiße geht die schnell kaputt upsie 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 man darf das kann ich abbauen geht schnell kaputt dann als man das so abbaut geht aber übel schnell alles abzubauen so du 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 vielleicht gibt es noch ein bisschen oh nether quarts nether quarts nether nether quarts nether quarts haben wir noch mehr gefunden nether 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 so viel so viel so viel boah schon über 24 kommen level 30 muss klar sein was muss klar sein am besten sogar level 31 weil da könnten wir einmal ein buch upgraden und dann könnten wir noch ein weiteres buch upgraden und wenn tool ist dort haltbarkeit dabei das wäre echt fein da könnte wenn ich die dämon spitzhacke mit haltbarkeit upgraden oder nein wir müssen die hose mit haltbarkeit upgraden und die hose könnten schutz geben irgendeinen da ist nur mehr quarts überall an jeder ecke das ist super es ist ein guter werkstoff ich finde sieht richtig cool aus also weiß mein lieblingsfarbe ich finde das sieht cool aus hier oben da gibt es nur mehr quarts das heißt dass ihr brauchen mehr ab schaden 2 jahle 25 mal kurz was futtern mal für zwischendurch der kleine snack steak ab so nach oben geht es auch noch mal hier kommt irgendwie voll viel quarts vor ich denke da sind zwei vorkommen auf einmal also sozusagen verbundene vorkommen von quarts hier hier kann abbauen das ist natürlich fallen darum geht es gibt es oben mehr super mega dunkel hier gibt es nix dann gehen wir einfach mal runter vielleicht wenn wir unten noch ein bisschen mehr das ist auf jeden fall noch so viel vorhanden oder wir gehen einfach nur ein weiter ich hab kein bock jetzt runter zu gehen ich denke hier waren wir noch nicht ja 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 ok jetzt kommen wir einfach hier raus ok da ist kies da ist quarts aber können wir nicht so leicht hin gehen einfach mal hier hin ist noch mehr quarts also dass man das sichere quarts abbauen später wenn wir noch mehr brauchen wenn das unsicherer bauen ich denke wir sollten dann auch ein Quarzhäuschen bauen also ein haus aus quarts sind quarts blöcken ich finde sie sehen übelst geil aus meiner meinung nach ja finde ich sie sehen die geil aus so steine die weiß sind das finde ich übelst geil so gehen wir einfach mal weiter ich habe mich vor haben wir übelst viel verkraften könnten daraus sowas machen wir brauchen keine quarts blöcke bauen quarts säulen ich denke wir kriegen schon jede menge quarts säulen ja ja ich denke es na ja jetzt noch ein bisschen hier an der ober am eingang noch ein bisschen abbauen und da unten okay okay na ja da unten geht nicht so easy da unten kommen wir hier hin oh shit oh shit kommen wir ah uh ha ha meine beine ach da vorne ist noch quarts an der decke aber da müssen wir erstmal hinkommen chillig chillig gehen chillig chillig ich sehe nur pigments ich weiß nicht was vielleicht seht ihr ein bisschen quarts was hier irgendwie sicher ist ich sehe auch ganz viele pilze da tun so 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 ach da ist quarts das war sicheres quarts nennen wir erstmal so also das quarts man ganz leicht ohne gefahr abbauen kann nennen wir mal sicheres quarts so ein bisschen ja komm noch ein bisschen quarts kann man abbauen dann gehen wir auch wieder raus also ich finde das interessante interessanteste ist es an dem gebäude da zu bauen und nicht das abbauen der ressourcen sind nicht echt nicht so prickelnd ich weiß nicht wie ihr es findet obwohl ich das abbauen der ressourcen interessanter ist als das bauen oder andersrum so wir müssen hoch oh die spitze ist gleich kaputt nein wenn man von teufel spricht teufel wieso bist du gekommen so eine spezikkeit mir schon mal zerstört da sind wie vier stacks oder so das heißt wir haben schon jede menge abgebaut die blöcke obwohl ich denke vier stacks sind gar nicht mehr so viel so kommen wir wieder runter so so da oben wäre noch ein bisschen quarts aber es ist auf jeden fall kein sicheres quarts du hast noch ein bisschen sicheres quarts ja so halb sicher ist es muss man sich durchkämpfen ach da oben da da ist noch mehr sicheres quarts gehen wir erstmal dorthin ja ein bisschen sicheres quarts ja ja nicht nur zwei blöcke wie ich gedacht habe sondern etwas mehr juhu da haben wir schon wow drei stacks das ist schon ne menge ist schon gut ist schon echt gut also 64 quarts nee da haben wir 670 quarts sollen sollten schon mal hinsame denke ich mal oder ja doch 3x64 quarts sollen und er könnte ein bisschen mehr hinkommen ne so sicher ist das quasi wiederum auch nicht das heißt wir sollten etwas sichern und nicht uns zu bauen so bloß daumen über den kleinen finger nicht loslassen sonst wird echt gut und dann abbauen ab zum abbauen plopp plopp alles geht weg und wir kriegen Quarz und Ende so dann noch ein Quarzchen Quertchen so ich denke das war es auch ich könnte natürlich noch nach da oben gehen wir wandern aber auch die Zombie Pigments ohne Ende wir gehen mal kurz rüber und wisst ihr was ich mache Kumpel nein beweg dich nicht weg wo gehst du hin Alter nein Junge gesagt bleib stehen stehen wenn du nicht willst dann kriege ich dich trotzdem rein was er verbrennt nicht wie fies ist das denn für ihn ist Lava wie Wasser das geht nicht Mann will ich auch die ist aber fies ich habe gedacht das verbrennt jetzt haben wirkt man aber das war schon abzuwarten das ist das ist so ist da sehe ich noch ein bisschen sicheres Quarz ich hoffe doch das was wir jetzt gleich raus holen werden das ist dann auch reicht für später also für alles dass wir bauen werden mit Quarz da an dem Ding ah nee nee das wird nicht reichen das wird nur für ähm den ersten Raum reichen oder äh also für das erste Gebäude fürs zweite bräuchten noch mehr Quarz denke ich mal weil das wird dann gleich gebaut als symmetrisch und so so klatsch 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 luigi lalalala das war nochmal einsammeln einsammeln so super 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 da gehen wir mal hier raus ich denke das sollte auch reichen hier alles was wir dabei haben ja komm mehr Quarz ich jetzt auch gerade gar nicht habe mich auch da möchte ich auch gar nicht weiter suchen habe ich keinen bock drauf hö 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 dann raus hier aber schnell bevor noch die Gäste kommen wir haben ja Gäste gehört die hier zu Besuch kommen wollten und uns überraschen wollten ein Überraschungsbesuch da freut man sich so immer oder habe ich immer Bock drauf oder auch nicht nimm 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 nEuro also wenn man zu jemand absuch geht sollte man den doch davor Bescheid sagen ja ich komme jetzt mal bei dir vorbei und so damit sich derjenige dann auch vorbereiten kann auf den Besuchen vielleicht die Pornohäfte mal schnell weg packen wer weiß ich hab zum Beispiel keine aber es ist denke ich mal nicht so sicher war wieder so gut gleich hast du klar schein sicheres quarts ja 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 wir wissen doch schon dass du uns hier verarschen willst okay hier ist keiner war bestimmt links von diesem quarts blöcke slayer schilder steht ich habe ganz wegges war dass sie so schnell fließt mein gott hier in der hölle fließt hier übel schnell die lava ich weiß nicht ob es erst seit neuestem ist oder ob es schon immer so ist oder war das glaube in der hölle so schnell floss oder ist noch ein bisschen mehr oder ein bisschen nicht auf 30 90 schade nicht level 30 aber ist jetzt nicht so schlimm einfach mal raus hier davor hat ich angst davor hatte ich angst rein mit dir zurück zurück mit dir du fieser rein da verschwinde wieso ruckelt so wieso verschwindet er nicht hallo nicht gehen willst dann wirst du so gehen alles ruckelt übel gerade so mit keiner reinkommen deswegen mal schauen wir die tür zu ach die ganze ressourcen die ganze ressource haben sich weggelportiert das war echt fies jetzt ist aber nicht so schlimm so hu чувствll wo wir uns überlebt zu darf niemand selber noch eingenommen denn da zur träumung man es sehr viele dann taucht ist nicht nur oder ganz nehm wird die die zu ende So, auf das Brückchen mittendrauf Oh, oh, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Könnt ihr meine Shakespeare 18. Sonnet Rap abchecken Auch auf dem Channel hier drauf Mit diesem Beat So, auf jeden Fall mit diesen Worten Bändisch noch die Aufnahme Bis zum nächsten Mal Und tschüss